Also wenn ich ja ganz ehrlich bin, Weihnachten ist die schönste Zeit des Jahres, aber hör dich das mal an, was so in die Weihnachtslieder steckt. Du, da hab ich ein Liedchen gesungen, gesungen gefunden von der Matthias Reim, den kennst du doch, ne? Der hat ein Liedchen gesungen, auf Deutsch heißt das letzte Weihnacht und auf Englisch heißt das Last Christmas. Ja, ich kann nicht so gut Englisch, heißt vielleicht ein bisschen anders, aber das geht dann so. Letzte Weihnachten ist ein Jahr her, ich gab dir mein Herz, jetzt willst du's nicht mehr. Da hat er ein Jahr gewartet, dann singt er nämlich weiter, diesmal, da schwöre ich dir, da schenke ich es einer Besseren. Wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte kein Jahr gewartet, das wär dann von mir aus aus und vorbei gewesen. Weihnachtstexte, das ist manchmal Quatsch. Ja, was gibt's, hast du wohl ne neue Sichtweise, hast du nicht gedacht, was da so alle in den Videos steckt. Du, die Videos auf dem Kanal, dir kannst du auch an deine Freunde schicken, die freuen sich bestimmt. Ansonsten wünsche ich dir ne schöne Weihnachtszeit und mach's gut.